Wie finden die ÖH-Wahlen statt? Heuer finden wieder die ÖH-Wahlen statt. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Wahlberechtigung für dich zusammengefasst. Zum ersten Mal wählen alle Studierende aller Hochschulsektoren, das heißt Universitäten, Privatuniversitäten, pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen, direkt ihre Vertretung. Rund 380.000 Studierende, so viele wie noch nie zuvor, können bei dieser Wahl ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen Studierenden. Um wahlberechtigt zu sein, musst du bis zum 31.03.2015 deinen ÖH-Beitrag sowie anfallende Studiengebühren zahlen. Von 19. bis 21. Mai sind ÖH-Wahlen. Nütze deine Stimme, denn nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen. Hashtag OEH15 eine Wahlbe摩ernvolle